Zudem wollen wir noch ein bisschen mehr spezielle Ausstellungen, dass die Pop-Art-Wirker für nicht mehr 3D gewissen sind. Pop-Art-Bass, ganz kurz. Wir sind in die Villa mit 3D ausgestattet. Wir können jetzt an den 3D gucken, und dann sind sie mit der Versenkung verschwunden. Dazu kommt, dass wir nicht mehr Bilder ausstellen. Wir stellen noch Portionen aus, die wir selber konzipiert haben. Das ist eine ganz neue Kollektion, die First Rule No Rule hat, die wir hier eben präsentiert haben während des Pop-Up. Ein schöner Endgesehen vom PP, der das den famous, famous Allian, an Deutsch müsste lachen. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.